Es wird äußerst positiv aufgenommen, weil es ja wirklich ein Privileg ist, jetzt von den 98ern abgeholt zu werden. Also da freuen die sich wirklich. Und die Tour ist ein bisschen kürzer, führt uns nach Punkstadt, führt uns nach Echolbrücken, führt uns nach Griesheim. Und von Griesheim fahren wir dann direkt ans Bölln-Valder zurück. Ich hatte früher Passagiere, die in Oberramstadt wohnten, beziehungsweise auch in Kranichstein. Da kam es dann ab und zu mal zu so ein bisschen zähflüssigem Verkehr. Aber jetzt hier hinten raus ist das überhaupt kein Problem. Alles prima. Musik 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 Auf einen Sieg!